Ja, hallo liebe Golfer, mein Name ist Frank Drollinger, ich bin weltweit der zweite Golf-Methoden-Entwickler, habe darüber Bücher geschrieben, Definitionen gemacht, warum bin ich der zweite Golf-Methoden-Entwickler, weil ich in der Lage bin, Methoden nach Kernprinzipien zu unterscheiden. Also die alte Methode hat Imbalance-Scherkräfte, brutale Scherkräfte, 400% vom eigenen Körpergewicht, dann Hohlkreuz und solche Sachen, Überstrecken vom linken Knie, macht das Kreuzband, die Außenbänder, Menisken, Gelenkknorpel kaputt, ja, Suppinationen, also Überdehnen vom Sprunggelenk und vom Schulterkugelgelenk. Und dann hauen die auch noch Diewitz raus und ja, ein Opfer davon ist ja jetzt Martin Keimer und vorne war es Bernd Wiesberger und von der Seite aus gibt es tausende dieser Verletzungen und die schlimmsten Verletzungen sind dann Wirbelfusionen, weil die Scherkräfte sind so brutal gegen die Wirbelsäule und das ist so, sieht so die Konstruktion eines Wirbels aus. Und da bricht dann halt mal so ein Querfortsatz und dann gibt es ein Gleitwirbel, weil keine Stabilität mehr da ist in der Wirbelsäule und das schleift dann die Bandscheiben ab, ist dann schmerzhaft und dann kommt Atrose in die Wirbel und das ist, will ich nicht haben. Also keine Chance. Ja, das gleiche kann auch passieren am Sprunggelenk, jetzt bei Tiger am rechten Sprunggelenk, da machen die ja wieder so Augenwischereien, dass das von seinem Unfall kommt, also sie kriegen keine Atrose von einem Verkehrsunfall, also das ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Atrose kommt, wenn ich 20 Jahre im Rückschwung Gewicht verlage auf die rechte hintere Ferse, das ist ja dann die Schermethode, Scher im Balance unstrukturiert und da reibt man halt die Sprunggelenksknorpel ab und dann ist das so brutal schmerzhaft. Bei Tiger wurde jetzt dieses rechte Sprunggelenk mit Nägeln oder sonstigen Geräten, was es da gibt, versteift. Also er wird jetzt, das ist natürlich ekelhaft, weil da kannst du nicht mehr richtig laufen, er wird jetzt, vielleicht kriegt er einen Stock. Das ist natürlich schwerste Behinderung, das ist seine zwölfte Operation. Ja, also vom Navy Seals Sport kriegst du solche Verletzungen nicht, aber gibt es halt natürlich in dem Marketing, da sind Leute unterwegs im Golf, die versuchen natürlich die Leute vollkommen für dumm zu verkaufen. Ja, ob man damit leben muss, weiß ich nicht. Also von der Seite aus können wir Methoden unterscheiden, können auch Variantenmethoden zuordnen. Das lernen ja vor allem unsere Ärzte, Physiotherapeuten, die wir ausbilden oder auch Golflehrer. Die zwei am Markt vorhandenen Methoden biomechanisch auch mit Varianten zu unterscheiden und aber auch Teilbewegungen der alten und unserer Methode anatomisch zu bewerten. Ja, gibt es Gutachten drüber. Wir haben mehrfach wissenschaftliche Gutachten, auch im Deutschen Ärzteverlag und in PubMed. PubMed ist die Datenbank, wenn man in der Wissenschaft angekommen sein will. Und von der Thematik her spannend und dort wurde die alte Methode als pathologisch bewertet. Da gibt es circa, also wir haben bei 40 aufgehört, 40 Fachpapier, die wir da gefunden haben. Wir haben übrigens keines gefunden, das sagt, die alte Schermethode sei gesund, sondern solche brutalen Aussagen wie, die alte Schermethode ist von der Verletzungsqualität gefährlicher wie Rugby. Also ich liebe den Film Invictus da mit dem Nelson Mandela, den schaue ich bestimmt einmal im Monat an. Und von der Thematik her, daher weiß man, wie brutal Rugby ist. Also das ist wirklich brutal und Golf soll laut dieser Studie von diesem Fachexperten gefährlicher sein wie Rugby in der Verletzungsqualität. Und da gibt es aber auch Studien, die sagen, man verletzt sich im Golf schmerzhaft zu 62 Prozent. Das sind dann sogenannte repräsentative Befragungen. Heute braucht man nicht mehr so viele Leute da befragen, aber diese Befragung richtete sich an 5000 Leute. Und davon haben 1300 geantwortet. Und wenn man, also wo ich Statistik gelernt habe, 1050 Befragungen oder Erhebungen gemacht hat, dann ist das schon repräsentativ. Ich glaube mal heute braucht man reichen 30 oder 50, weil die Tendenz geht in die gleiche Richtung. Ja, also das sind Brutale. Dann hat einer dort festgestellt, dass die Scherkräfte, also sie sind Kräfte Gegersknie, Walges, Varos, Gegersknie, das ist ungefähr das 400 Prozent, also es sind 400 Prozent vom eigenen Körpergewicht. Und wenn das dann Topspieler sind, die noch eine höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit haben, die eigentlich Athletiktraining gegen ihren eigenen Körper machen, dann kommt es schon 5G, 6G. Also brutal. Und das sagt halt dieses, haben wir jetzt ein Gutachten machen lassen von einem Facharzt der Orthopädie, der auch Gerichtsgutachter ist, der also seit 20 Jahren Gerichtsgutachten macht für Richter, für Rechtsanwälte. Und der ist jetzt zu dem Schluss gekommen, die alte Schermethode, die landauf, landab da trainiert wird, die ist hinreichend körperverletzend. Und das haben wir dann Fachrechtsexperten gegeben, also Spitzenexperten aus dem Strafrecht. Und die sagen, wer das unterrichtet bei Erwachsenen und Kindern, der begeht vorsätzliche Körperverletzung. Und auch die Verantwortlichen einer Golfanlage, also Geschäftsführer, Vorstand, haften genauso. Und das hört sich jetzt in Deutschland nicht so dramatisch an, weil wir ein Strafrecht haben, das zwar gut aufgebaut ist, aber das doch nicht so brutal abstraft. Nur mit Geld, sage ich es mal, also in Amerika klicken da schon mal die Handschellen. Aber egal, von der Thematik her geht es in Deutschland um 50.000 Kinder. Und die, auch Österreich und Schweiz und die ganze Welt, da geht es um 10 Millionen Kinder. Und die dürfen nach unserer Auffassung nicht mit der Schermethode geschult werden. Und sie dürfen im Intonieren nicht mehr die Schermethode spielen, sondern die Core Balance Free Release Methode. Weil diese Methode ist weltweit, nach unserer wissenschaftlichen Erhebung durch Dr. Göbel, der sich intensiv damit beschäftigt hat, wo er die Fachpaper geschrieben hat, der alles angeschaut hat, was ihm in die Finger gekommen ist. YouTube, Bücher, Fachpaper. Es gibt keine vergleichbare Qualität wie Core Balance Free Release. Also von der Seite spannend. Natürlich jetzt gestern oder vorgestern hat mich irgendjemand da versucht, ein bisschen anzugehen. Er sagte, ja, und du glaubst das Zeug selber. Also Leute, ich diskutiere eigentlich letzter Zeit wenig, aber eines ist doch klar. Ich arbeite wissenschaftlich sauber. Ich weiß nicht alles. Viele, ich würde mal sagen, 70 Prozent meiner Aussagen, das kommen von Experten der Orthopädie und denen folge ich. Und mir ist klar, und das sagt ja auch der BGH, das ist der Bundesgerichtshof, der hat jetzt sogar Gerichtsurteile nach einem gesunden Menschenverstand entschieden. Er hat also gesagt, wenn das und das vorkommt, dann ist das nicht gesund. Und der Unterschied zu unserem Parallelfall ist, dass dort der Betroffene überhaupt keine Zellveränderungen hat. Also das ist unfassbar. Da hat er auf BGH gesagt, das ist vorsätzliche Körperverletzung. Bei Vorsatz gibt es immer so eine Rechtsvoraussetzung, du musst den Patienten oder Schüler verletzen wollen. Oder das berühmte Beispiel ist ja mit dem Autofahren. Wenn du über 40 Kilometer zu schnell fährst, hat er BGH entschieden, dann ersetzt das diese Rechtsvoraussetzung Wille und sagt, billigend in Kauf nehmen. Und von der Seite aus ist, wenn man die Schermethode unterrichtet, wenn man die Schermethode als Geschäftsführer duldet, obwohl man Verantwortung darüber hat, was auf seiner Anlage passiert, das nennt man dann vorsätzliche Körperverletzung. Zu mir hat dann jetzt jemand gesagt, ja, ich bin Geschäftsführer und die Golflehrer sind bei mir nicht unter Vertrag. Dann habe ich zu ihm gesagt, ist schon klar, aber du hast die Verantwortung, was auf deiner Anlage passiert und lass dir vorlegen, dass das gesund ist und ansonsten haftest du. Und ich halte das nicht für spannend, sondern für ekelhaft, weil man darf keine Kinder verletzen. Das sind Schutzbefohlene. Die Eltern sind dort auch mitverantwortlich, müssen sich informieren und die Eltern lassen sich manchmal da halt von irgendwelchen monetären Zuwendungen beeindrucken. Und ganz, ganz, ganz schlimm sind halt die Verbände, die gegen Fortschritt, gegen Gesundheitsschutz eigentlich das Gesetz außer Kraft hebeln wollen und gegen BGH-Urteile sich verhalten. Und da gehört auch der DOSB dazu. Also der DOSB war jetzt, ich lese das ja, auf der Versammlung und vom DGV und hat gesagt, Golf ist ein Quell der Gesundheit. Also man muss schon sagen, auch die WHO tanzt auf den Partys von übergeordnet WGF. Ich war da auch, habe aber nicht getanzt und habe mich nur informiert, was die machen. Die schießen halt so mit Platzpatronen, die haben überhaupt nichts. Die versuchen halt zu vertuschen und zu verheimlichen. Und wir sind eigentlich im Gespräch, aber es ist halt zäh. Und die Geschichte lehrt uns, dass diese Organisationen, sei es St. Andrews, sei es Orgasta, die reagieren nur, wenn sie müssen. Also Frauen wurde in St. Andrews und in Orgasta nur aufgenommen, weil sie der Staat, das Rechtssystem, Gleichstellung, Antidiskriminierung dazu gezwungen hat, Frauen in einem Golfclub aufzunehmen. Sie müssen sich das mal vorstellen. Und St. Andrews hat dann noch die Überheblichkeit besessen, dass sie darüber abgestimmt hat. Oder was ist noch ein Vergleich? Ja, also wir hatten mal in Deutschland dieses Problem, dass eine Berufsgruppe Diplome ausgegeben wurde. Also ich habe ein Diplom, habe ordentlich studiert, habe das abgeschlossen. Und die halt nicht. Das ist halt, die haben gedacht, das ist gleichzusetzen mit einem akademischen Grad. Dann wurden sie freundlich darauf hingewiesen, du pass auf. Und dann hat das Kultusministerium gesagt, Leute, ihr müsst diese Diplome zurücknehmen oder wir müssen ein Verfahren gegen euch einleiten. Und dann mussten die halt, ich denke mal, es war so ungefähr 1000 Diplome zurücknehmen. Für die Rechtsabteilung dort die größte Blamage aller Zeiten, wenn man im Prinzip da jemanden berät und dann auf solche wichtigen Punkte nicht achtet. Und der allergrößte Skandal ist halt, wenn man das gleich jetzt mit fehlendem Gesundheitsschutz macht. Statt am Prinzip Fortschritt zu wählen, die Forscher, Wissenschaftler zu nötigen, zu bekämpfen, zu kaufen. Ja, was war das andere? Also wir sind ja hier, ich bin ja Badener, also 1899 Hoffenheim-affin, ist ein badischer Verein oder Freiburg-affin, ist ein badischer Verein. Wobei mir beim Fußball nur noch Mannschaften gefallen, die steil spielen, die in gutem Fußball spielen. Ich bin da so eher ein Man-City-Fan. Ja, und dort musste jetzt 8 oder klug, hat jetzt 1899 Hoffenheim seine Anteile zurückgenommen und die 50 und 1 Regelung berücksichtigt. Warum? Weil das Bundeskartellamt, welches die DFL angesprochen hat, hat gesagt, diese 50 plus 1 Regelung ist dort in Ordnung, daran müssen sich alle halten. Und wenn dann im Prinzip, sag ich jetzt mal, durchaus Mäzene dort ins Spiel kommen, dann werden halt Traditionsvereine nicht gleich behandelt. Ich bin mal gespannt, was jetzt in Wolfsburg da passiert oder in Leverkusen oder mit Leipzig. Aber das ist nicht mein Schwerpunktgebiet und ich muss darüber nicht so viel sagen. Was ich nur sagen will, dass auch hier von außen Einwirkungen stattgefunden haben, dass man sich verändert. Ja, und mein letztes Beispiel dazu ist die NFL. Das ist also die National Football League in den USA. Da hat ein kleiner Arzt, der Bennet Omalu aus Nigeria, glaube ich, da hat er, der hat da drüben gearbeitet, der hat es beobachtet, der hat den Webster da unterm Skalpell gehabt, das war also ein Gerichtsmediziner. Und dann hat er die Veränderungen im Hirn festgestellt. Also solche Schläge, das führt zu Gehirnerschütterungen. Und wenn dann die Synapsen, ich sag das jetzt mal so grob, bin jetzt kein Neurologe, wenn die reisen, das sieht man ja bei unserem René Weller, der bei mir in Birkenfeld wohnt, wenn die reisen, dann ist das nicht mehr reparabel. Und das ist ein Megaproblem. Und da sind also etliche dran sogar gestorben, haben Selbstmord begangen und so weiter. Und dieser Bennet Omalu, ein Nigerianer, der hat es geschafft, als Einzelperson die gesamte NFL in die, ich will nicht sagen, in die Knie zu zwingen, sondern dazu zu bewegen, dass sie einen verbesserten Gesundheitsschutz umsetzen müssen. Als Einzelperson. Und die NFL hat sogar 5,5 Milliarden Dollar bezahlt als Kompensation. Das muss man sich mal vorstellen. Im Football ging es da, so wie ich das gelesen habe, um 350.000 Betroffene. Im Golf sprechen wir von 100 Millionen Betroffenen, weil diese Mikrotraumas, die ja unser deutscher BGH als pathologisch bewertet hat, die betreffen halt 100% der Golfer. Das führt oft zu Langzeitverletzungen. Aber die Mikrotraumas zu verursachen durch die Schermethode, das ist vorsätzliche Körperverletzung im Unterricht. Erwachsene können wiederum selbstbestimmend, also über 18 spielen, wie sie wollen. Aber ich sage immer, wie blöd muss man sein, dass man a. eine schlechtere Performance in Kauf nimmt und b. sich selber verletzt. Das ist also vollkommen bescheuert. In Wirklichkeit will das auch niemand. Nur die Menschen sind nicht so gut aufgeklärt. Also dieser Bennett Omalu, der verdient meinen größten Respekt, weil der hat es viel, viel, viel schwerer gehabt wie wir, weil diese Veränderungen im Hirn, die sind ganz, ganz schwierig nachzuweisen. Und bei uns ist das ein bisschen einfacher, ein bisschen habe ich gesagt, einfacher, weil diese Schergewalt, die muss ja irgendwie abgeleitet werden. Und das ist ja, wenn Sie sich mal das Knie angucken, das ist eine Bewegung nach links, eine Rotation und ein Überstrecken. Und dass diese Gewalt irgendwo hingehen muss, ist eindeutig. Und das ist auch schon wissenschaftlich erhoben. Und von der Thematik her extrem spannend. Extrem spannend. Und ich sage jetzt mal, wenn der Bennett Omalu das geschafft hat, den haben sie ja vollkommen unter Druck gesetzt. Den haben sie ja gesagt, pass auf, du wirst ausgewiesen aus USA. Heute ist er eingebürgert, das ist jetzt ein US-amerikanischer Staatsbürger. Den haben sie also wirklich fertig gemacht. Haben Gelder gestrichen. Wir bekommen ja gar keine Gelder. Haben Gelder gestrichen und so weiter. Und den haben sie richtig unter Druck gesetzt. Und das ging also, im Film wird auch klar dargestellt, dass seine Frau eine Fehlgeburt erlitt und so weiter. Also, den haben sie brutal zugesetzt. Und trotzdem hat er es geschafft, dass die NFL umdenkt. Und jetzt kommt der große Unterschied zum Golf. Also, im Football, da finden dann diese Gehirnerschütterungen statt. Dann werden jetzt die Spieler rausgenommen und dürfen dann nicht mehr spielen. Und das wird dann wie eine Gehirnerschütterung behandelt. Und da sind jetzt drei Kommissionäre eingeschaltet. Und im Training trainieren die jetzt mit so Helmen, die da so Polster haben. Jetzt hat man festgestellt, dass die gar keinen Daug haben, diese Helme, und nicht viel bringen. Und also, das ist eine, ich will nicht sagen, also für mich ist das, ich bin ja mathematisch orientiert. Es ist eine Verbesserung, was der Bennett O'Malu dort im NFL erreicht hat. Aber es ist keine Lösung. Das ist eine Verbesserung. Und er verdient meinen allergrößten Respekt. Und ich hoffe, ich treffe ihn mal. Und jeder kann mal seinen Film anschauen. Also, da war ja der Will Smith da, der Hauptdarsteller. Der heißt Concussion, der Film. Aber mein größter Respekt. Und jetzt kommt der Unterschied zu Golf. Wir im Golf haben nicht nur eine Verbesserung, weil die alte Methode gilt, das ist definitiv sicher, als körperverletzend. Wenn also 62% angeben der Golfer, dass sie unter schmerzhaften Verletzungen leiden und wir sagen 100% verletzen sie still, dann gehört das in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wie soll es alles sehr, sehr mathematisch, gehört das eigentlich, ist das Vorsatz. So muss man das bewerten. Also die Zahl, wenn man es mal vergleicht, die Zahl derjenigen, die 40 Kilometer zu schnell fahren und einen Unfall bauen, ist also wesentlich geringer. Also ist vielleicht bei 1%, ich sage es jetzt manchmal so grob. Und bei uns sind es schon 62%. Und dort wird es als vorsätzliche Körperverletzung bewertet. Also von der Thematik her hat der Bennett O'Malu Gigantisches geleistet, aber halt keine funktionale Lösungen erreicht. Und wir bei Core Balance Free Release, also diese Methode hat meine Frau und ich zusammen entwickelt und definiert. Wir haben das Urheberrecht drauf. Diese Methode ist mehrfach wissenschaftlich im deutschen Ärzteverlag und in PubMed als gesund bewertet worden. Und jetzt bekämpft man uns natürlich. Also natürlich ist das für mich nicht, sondern das sind halt, ja was sind das für Strukturen, moralisch sehr bedenkliche oder Strukturen. Es sind alles, wer ja also Gesundheitsschutz bekämpft, ist ein Straftäter. Das ist eindeutig, ein Krimineller. Da brauchen wir jetzt nicht mehr so groß drüber diskutieren. Und jetzt verhalten sich halt die Zeitungen, die werden blockiert, nicht über uns zu berichten. Ja, man sagt, wenn du darüber berichtest, dann kriegst du keine Werbung mehr, weil wir haben natürlich auch die andere Industrie in der Hand und so weiter. Also die Zeitungen werden da in Schach gehalten. Dann kauft man einzelne Akteure, die aus unserem Haus kommen, die kauft man mit, ja, den einen schickt man nach Olympia als Arzt, den anderen, dem sagt man, pass auf, nur wenn du dich da lossagst von dieser Core Balance Free Release Methode. Also das sind Leute, die haben schon im Video gesagt, das einzig Wahre ist die Core Balance Free Release Methode. Und jetzt kauft, sagt man zu ihnen, erpresst sie, pass auf, dann kannst du nicht mehr bei uns hier mitarbeiten. Und von der Seite aus agiert man da brutal oder man bewertet uns schlecht bei Amazon. Ja, gut, ist halt, also, nein, das sind ja alles, diese Bewertungen sind ja alles hidden. Es ist 14 Uhr. Das sind ja alles versteckte Bewertungen. Ja, es geht ja nicht bei mir darum, dass unser Buch da 110 Millionen Verkaufszahlen hat, sondern bei uns geht es ja bei der Buchveröffnung um ganz andere Dinge. Verstehen aber die Leute, die sich so viel Mühe geben, da schlechte Rezession. Da musst du ja ein Konto anlegen, musst deine Identität verstecken, verleugnen. Das ist nicht so ganz einfach. Das ist schon ein Kraftakt. Und wenn du dann ein paar negative Bewertungen da hast, dann kaufen die ein Buch und schicken es wiederum zurück. Also dann ist es ein verifizierter Kauf. Die verstehen gar nicht, um was uns geht bei den Büchern. Also wir schreiben nicht die Bücher, um dort Geld zu verdienen. Das kann ich kaum jemand empfehlen, aber spielt auch keine Rolle. Und jetzt dieser Bennett Omalo, der wird heute mal von mir gewürdigt. Der hat aufgezeigt, dass gerade in Amerika die Strafen brutal sind. Der hat aufgezeigt, dass sich andere Kontaktsportarten ändern. Golf ist nicht mal ein Kontaktsportart. Und das hat er sehr gut gemacht. Und er hat erreicht, dass die 50 Bundesstaaten in den USA, die haben den Gesundheitsschutz für Schutzbefohlen. Schutzbefohlen sind Kinder bis 18. Die haben den nochmals verschärft. Deshalb hat auch die USGA, die WGF, Weltgolf Foundation, die nehmen das Thema schon ein bisschen ernst. Und wir werden halt kämpfen. Was bleibt uns übrig? Also wir werden für den Gesundheitsschutz kämpfen. Und ich will eines zum Schluss sagen. Wer gegen uns arbeitet, der ist dafür, dass Kinder verletzt werden. Also arbeitet für Gesundheitsschutz für Kinder. Mein Name ist Frank Trollinger. Ich bin Golf-Methodenentwickler. Schönen Sonntag wünsche ich euch.